Yo Leute, was geht bei euch? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid, meine Freunde. Und heute schauen wir uns mal ein neues Game an. Wir werden ein bisschen in Runes of Magic reinzocken. Und das ist schon 10 Jahre her, aber ich war hier das letzte Mal drüber in dem Game. Ne, ich glaube noch länger. Es geht bis 2009 rausgekommen. Da habe ich noch ganz kurz die Beta ein bisschen gezockt. Und dann habe ich beim Release ein bisschen angefangen. Mein Bruder hat da ein bisschen mehr reingesucht als ich. Ich habe da auch mich ein bisschen rein versucht, aber das Game war für mich ein bisschen zu komplex. Mein geistiger Horizont hat dann halt doch nur für mit den Zweigen gereicht. Um ehrlich zu sein, da war ein bisschen einfacher. Aber Leute, Runes of Magic, was soll ich dazu sagen, ist auf jeden Fall so im Stil von World of Warcraft. Das habe ich damals dann auch ein bisschen gespielt, wo eben so auch die WoW-Time ein bisschen war. Ja, ich habe wieder ein bisschen auf einem P-Server gezockt, muss ich ganz leise sagen. Und ja, bei Runes of Magic ist eben Free-to-Play. Und dann bin ich eben hier auch ein bisschen umgestiegen auf Runes of Magic. Denn damals hatte ich noch kein Geld, kein eigenes Geld. Meine Eltern hätten mir auch kein WoW-Abo gekauft. Also da fängt es mal an. Und ja, Leute, da war es für mich sozusagen die Gratis-WoW-Alternative. Und da werde ich heute jetzt mal ein bisschen mit euch reinstuppern, meine Freunde. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wie viele Parts das Game wird von diesem Let's Play, Leute. Also nicht wundern. Ich werde jetzt nicht 100 Parts von dem Ding hier machen. Also ich werde auf jeden Fall das mal anzockt und wir uns das Game mal anschauen. Wie viele Parts das dann schlussendlich werden, kann ich so jetzt noch nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall kein Jahresprojekt oder so, sage ich jetzt mal. Ja, ich möchte einfach das Game wieder mal ein bisschen antesten, ein bisschen reinschauen, was sich da alles getan hat in den Jahren. Und auch mal schauen, wie das grafisch noch aussieht. Ja, ich bin wirklich das letzte Mal, glaube ich, 2010 oder so, glaube ich, ein Game gewesen, wenn überhaupt. Wir sind ja auf dem Server, Kerub. Das ist ein neuer Server, steht auf jeden Fall New Dort, also ein neuer Server. Ist ein deutscher Server und da werden wir jetzt mal rein starten. Ich habe mich jetzt im Vorfeld ein bisschen informiert, Leute. Ja, wir werden Kundschafter-Bewahrer spielen. So, jedenfalls mein Vorhaben. Da können wir nämlich ein bisschen Range Damage ausführen und das ist doch ganz geil. Sowas in der Art habe ich nämlich damals auch gespielt. Ich weiß, wir könnten jetzt hier unseren 11, keine Ahnung, wir könnten ihn einfach 12 nennen. Oh mein Gott, der ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Wenn der 11 heißt, könnte er aber 12 mit Ö, geht wahrscheinlich nicht, oder? Der Name muss aus 4 bis 16 Buchstaben bestehen. Oh mein Gott, 12 wäre so gut einfach. Oh mein Gott. Ja, Leute, ja, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht lange rummachen, ja? Wir können da ein paar Schiebe hin und her drehen, aber wie gut ein Prinz. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, er ändert sich ab nicht viel, aber alter, alter. Wir können ihn so machen, oder so, alter. Wir könnten ihn klein machen, aber komplett muskulös. Das ist ja eigentlich auch ein ganz großes Kino. Komm, wir machen ihn ganz klein. Ja, genau, das machen wir jetzt. Wir machen ihn klein, aber komplett muskulös, ja? Große Hände brauchen wir. Ja, unterschiedlich, glaube ich, kommen Füße auch groß, so, wie so ein kleiner Hobbit. Der Kopf. Komm, wir machen den Kopf, machen wir auch groß. Ja, nice. Gesicht. Okay, warte mal, Gesicht. Oh mein Gott, das schaut ein bisschen weiblich aus, so. Ähm. Ja, komm, das passt gut, ne? Oh, da ist noch eine geile Frise dazu. Irgendwie sowas hippes, also irgendwie so eine Punk-Frise oder sowas. Ah, das, sowas, ja? Ja, okay, nee, das ist so langhaarig. Warte mal. Okay, das ist ein bisschen Justin Bieber-Style. Äh, wie wäre es mit... Wukuhila. Oh mein Gott, ist das ein Wukuhila? Das ist kein Wukuhila. Boah, ich dachte gerade, das ist ein Wukuhila. Das hätte ich jetzt aber gerade auch noch gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was weiß ich, wir nehmen halt... Ja, komm, wir nehmen sowas, ja? Ähm. Haarfarbe, das ist grün, gefällt mir gar nicht. Wir machen das ein bisschen... Ja, komm, wir gehen so wirklich so ein bisschen Punk-mäßiger rüber, ja? So ein bisschen Violett-Pink, wie auch immer. Ja, ist doch eher Pink, ist das. Ähm, Hautfarbe, gut, ist eigentlich egal, kann man nicht so lassen, das passt doch ganz nice. Dann, äh, achso, helft, warum kann ich hier auf Bestätige drücken? Charaktername. Dann werden einfach mal, ganz klassisch, der Frechtax. Mal schauen, ob das Ding hier schon vergeben ist. Bestätigen. Oder erstellt. Ja, das ging doch ganz flun. Der kleine Kampf... Aber ich hätte einen Zwerg machen sollen. Mann, der kleine Kampf-Elf. Okay, Leute, Kundschaft der Lines. Ich würde sagen, let's go. So, hier sind wir, ingame. Im Einführungsgebiet erwartet euch ein ansehnlicher Belohnung. Ihr Charakter kann jedoch nur dieses eine Mal dorthin. Wollt ihr das Einführungsgebiet betreten? Bekommt eine Belohnung dafür? Ja, da wird natürlich alles, was irgendwie geschenkt oder so ist, ja? Da sagen wir nicht, nein, ich würde sagen, natürlich machen wir das. Man sieht schon, grafische, natürlich, man merkt, dass es von 2009 kommt, ja? Das sind so die alten Games, bis auf WoW, finde ich, weil WoW haben sie dann teilweise auch ein bisschen grafisch aufgehübscht. Das fehlt so bei den älteren Games so ein bisschen, ja? Ah, gut. Ah, man kann sogar springen hier auf der Taste, okay? Cool, ist anders. Willkommen an den Frechdachs. Hier vermitteln wir die Grundlagen des Spiels. Wenn du diesen Teil überspringen möchtest, klick auf die Tollüberspringen in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Dann bekomme ich aber auch nicht die... Bekomme ich dann die Belohnung? Ne, bekomme ich die Belohnung wahrscheinlich nicht, oder? Äh, was muss ich jetzt machen? Ah, hier hinlaufen, okay. Gut gemacht. Das haben wir schon mal geschafft. Bewegung 2. Du kannst deinen Charakter auch mit Taste 2 bewegen. Mit W vorwärts, S zurückwärts, A nach links. Ja, gut, das ist natürlich, äh, ja. Das sollte eigentlich logisch sein, glaube ich. Jeder, der irgendwann schon mal ein Game gespielt hat, mit denen sollte das nicht allzu neu erscheinen. Gut gemacht. Neckelmuster, während die Maut bewegt, während er die Kameraperspektive. Gut gemacht. Ein Linksklick auf einen Nichtspielercharakter. Der NPC öffnet ein Dialogfenster. Hallo Robin. Gut gemacht. Eine Quest annehmen. Ja, komm, wir nehmen die Quest an. Belohnung einer der folgenden. Oh, da können wir dann eins von den Dingen hier aussuchen. Äh, Quest annehmen. Besiege die Spinnen. Okay, wo sind die Spinnen? Wo sind die Spinnen? Sind die Spinnen hier irgendwo? Ah, also, kein... Also, Gifte Spinnenkönigs. Ah, hier. Siehst du diese Ziffern in Aktionsleiste in der rechten unteren Ecke des Bildschirms? Bevor du eine Fertigkeit benutzt, musst du ein Ziel wählen. Achso, hier sind die Spinnen. Okay. Da würde ich sagen, wir haben hier ein automatischer Schuss. Oh, wir haben hier einen Bogen parat. Was ist das hier? Essenz-Pfeil erhöht die Kraft vom Fernkampfangriff für 15 Sekunden um 40 Prozent. Erhöht die Angriffsschuldigkeit um 30 Prozent. Oh mein Gott, das ist ein richtig gutes Skill. Aber wir haben Fernkampfangriff. Ach, die fallen ja wirklich straight um. Heftig. Und den ja noch. Oh, der ist schon tot. Kommt jetzt hier, der Spinnenboss. Ich höre ein durchdringendes Geräusch. Der Klammspinenkönig kommt, um sich an euch zu rächen. Okay. Oh mein Gott, also, wie groß ist der? Ja, warte mal, ne? Ich will hier Bogenschuss. Ich will hier Fernkampf. Hälfte Mira, den Klammspinenkönig zurückzuschlagen. Äh, was macht mein Char? Achso, der ist verwirrt. Ich finde, das Monster schaut jetzt aber nicht so schlecht aus. Aber da habe ich schon grafisch schlechteres gesehen. Das ist hier, Spinnen in Medien 2. Verbinden Rune. Keine Ahnung, was ich mit Rune anfangen kann. Das sagt, als ich fühle mich gerade, als ob ich das geben würde, zum allerersten Mal spiele einfach in meinem Leben. Kommt mit zurück zu Robin. Wer ich immer das ist, Mitra. Ist das ein Hund? Oh mein Gott, das ist wirklich ein Hund. Hallo Robin. Belohnung einer der folgenden. Metall Ring der Magie oder des Lebens. Ich würde sagen, dann nehmen wir den des Lebens. Abschließen. Wow. Wir haben sogar ein Level ab, oder? Besiege die Spinnen. Ihr habt einen neuen Titel. Novizen-Abenteurer. So. Dann haben wir diesen Ring zum Ausrüsten. Was haben wir denn hier? Ein magisches Paket. Vorratsbeutel. Rechtsklick. Oh, kommen wir Potz raus. Die ziehen wir gleich herunter. Ui. Jetzt habe ich rausgeportet. Geht aber hier schnell vonstatten in das Ganze. Okay. Wir sind in dem Fall back im Amfängergebiet. Tal der Vorbereitung. Oh. Also auch noch ein anderer Spieler. Isha. Klasse Krieger. 11. Okay. Was müssen wir tun? Hier können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Schneider Werkzeug. Okay. Schneiderei. Wir haben ja keinen Beruf oder sowas in die Richtung. Akademielehrer. Quester an dem. Lernt euch selbst kennen. Warnung. Der benutze Computerspeicher hat ein gesundes Maß überschritten. Ey, was? Ey, was? Wie meinen? Der benutze Computerspeicher. Okay. Mein Rahmen, glaube ich, gibt damit den Geister von dem Game. Verstehe ich natürlich. Ich habe auch nur einen i9 Prozessor. Das Game braucht natürlich ein bisschen mehr. Das ist natürlich logisch. Bergteil für Gras. Es kommt noch ein paar Gräser und so. Pflücken. Auch richtig nice. Was müssen wir tun jetzt? Quester angenommen. Elfen Akademie. Ah, hier. Bei dem Typ hier auf dem Esel. Ich möchte sehen, was ihr zu verkaufen habt. Äh, was würde ich denn hier verkaufen, Alter? Ich habe hier nichts. Begleiter zu mich rein. Ich muss weiter. Hä? Begleiter erhält. Äh, was will denn der von mir? Nun gut, auf geht's. Oh, okay. Wo werde ich jetzt hin geportet? Legacy of Soul. Es kommt auch immer weitere Sachen raus für das Game. Finde ich auch richtig cool. Erweiterung ist natürlich auch immer mit dabei. Das Game wird wirklich noch, äh, Sterna ist weiterentwickelt. Begleiterjagd üben. Äh, ich weiß nicht, was ich machen muss, Leute. Habe ich hier irgendwo? Dieser Elf aktiviert hauptsächlich, äh, Quest Empfänger. Wo ist denn der? Äh, ich, ich, warte, was mache ich denn hier überhaupt? Wo bin ich denn hier überhaupt? Was mache ich? Wer bin ich? Wieso bin ich hier? Farbeke, Quest an einem, süße Milch. Voller, äh, Milcheimer. Okay, muss jetzt hier Milch, muss jetzt hier Milch sammeln gehen? Frisches, äh, Gras. Süße Milch. Muss jetzt hier Gras sammeln, den, den Kühen geben, oder wie? Ah, muss ich den Essen geben, dann komme ich mich dafür, okay. Schutz des Novizen. Eine Schutze, aber das Hilfsbegleiter. Sie hat eure physische Verteidigung. Okay, und, äh, ja, wo ist jetzt sie Milch? Sie ist jetzt mit dem Gras, das sie gebracht hat. Sie gibt Milch. Ja, wo denn? Wie denn? Wo denn? Was denn? Hä? Wo bekomme ich jetzt hier Milch her? Muss ich das jetzt hier allen einfach so geben? Okay, sie gibt Milch, aber, ah, Milch sammeln. Jetzt kann ich das sammeln. Ich habe einen ganzen Eimer Feinster Milch gesammelt. Muss ich das jetzt hier, diesen ganzen Viechern, Energie um dieses Gras hier. Und ich will sagen, danach füttern wir mal diese Kühe. Eine Kuh macht Müh. Viele Kühe machen Mühe. Und genau so ist es, Leute. So, lieber Jessica, hier habe ich deine Milch. Ah, ich kümmere mich jederzeit gerne um deine Milch. Äh, ja. Quest abschließen. Ähm, Erfahrungspunkte haben wir erhalten. Sehr nice. Sie haben ein Farmpaket. So, was bringt das? Wenn ich das jetzt hier aktiviere. Fett da mit Ziegenmilch kann ich verkaufen. Ein Begleiterfutter. Etwas fett da mit Ziegenmilch auch von der Miller Ranch. Besonders für Begleiter. Hat nach Verzehr folgenden Effekt beim Begleiter. Sättigung plus 20. New Buy Begleiter-Ei. Äh, wir haben hier... Magischer Ring. Oh, okay. Abenteurer-Paket. Das haben wir hier schönes. Lederrüstung. Oh, braunes Pferd haben wir sogar. Akademie-Paket. Ist jetzt ab Stufe 3 für Fikro. Wir haben sogar ein Pferd am Stadion. Come on, let's go. So, erfahren wir das jetzt hier geused. Äh, ihr könnt hier nicht reiten. Komm, ich glaube... Ich glaube, dass das... Ist das irgendwie eventmäßig oder sowas? Bitte bring mich vom Hof weg. Bitte schnell. Nun gut, auf geht's. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war, wo es jetzt hier weitergeht in dem Game. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie so... So ein Zusatzgebiet. Oder so ein Farmgebiet. Ich weiß es nicht genau, Leute. Ich kenne mich nicht so gut aus damit. Aber jedenfalls ist es, glaube ich, nicht... Der Ort, wo wir hinwollten. Ich will nämlich hier mal... Ich will hier ein paar Monster mal wegkloppen. Ich will ja ein bisschen was erreichen. Ich will ja leveln. Ich will ja... Ich will ja einfach Fortschritt sehen. Wo müssen wir hin? Quest-Empfänger. Ah, da oben. Okay, wir müssen da ein bisschen laufen jetzt. Äh, oh, warte mal. Warte mal, was... Ha, laufen. Laufen ist was für geringverdiener, Leute. Wir haben ja ein braunes Pferd am Start. So schaut es nämlich aus. Let's go. Yo, nice one. Juhu. So muss das sein. Also ein bisschen schneller vorwärts hier. Lindiner. Lindiner, die liebe Lindiner. Muss ich jetzt hier auch hoch, oder wie? Oh, komm. Äh, äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ne, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen da nach unten müssen. Wo sind wir hier? Bei Blinsnik. Was? Blin... Blinsig. Blinsig. Okay, Blinsnik. Äh, Quest-Belohnung. Abschließt 11-Akademie. Quest-Andeh in Vorbereitungen. Äh, Quest-Abschließt und Vorbereitungen. Äh, Grundlagen des Angriffs. Grundlagen der Verteidigung. Grundlagen der Regeneration. Ja, Grundlagen des Angriffs. Come on, feiner Stab. Feines Langschwert. Geheilsvolle Runenschriftrolle. Ja, komm, nimm an das Zeug hier. Die Grundlagen des Angriffs. Okay, dann erzähl mal. Aber wir können ja nicht gleich alles annehmen. Der Verteidigung. Und dann haben wir noch die Grundlagen der Regeneration. So, let's go. Wir müssen jetzt hier mit diesem Baum hier reden. Die Grundlagen der Verteidigung. Abschließend? Oh, das war's schon. Oh, okay. Kette, okay. So, wir müssen uns hier mit Stoffrüstung zufrieden geben. Wir sind halt doch kein Heavy-Tank. Wir werden als Damage-Dealer unterwegs sein, Leute. Ich denke, das ist für den Anfang doch ganz akzeptabel. Denn so bekommen wir natürlich auch ein bisschen, ja, kommen wir ein bisschen schneller voran, glaube ich. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man am Anfang sich als Damage-Dealer durch die Welt schlägt. Da kommt man, glaube ich, doch ganz gut voran. So. Mit der ganz von den Rudenschritteil könnt ihr Waffen verbessern, die ihr hier aus dem Waffenpaket erhalten habt. Ich habe ein Waffenpaket erhalten. Okay. Von dem weiß ich noch gar nichts. Von dem Glück weiß ich noch gar nichts. Okay. Dann ziehen wir das Langschwert hier auf jeden Fall an. Und dann haben wir noch die Rüstung hier. Yes. Oh, das sah ja ganz edel aus. Jetzt geht's aber los hier, Leute. Jetzt geht's hier aber richtig ab. Jetzt haben wir da hinten noch was abzuschließen. Und dann ist das da noch die Grundlage der Regeneration. Aber was will die alte Zier von uns? Ausbildungszeugnis. Oh, wir können unsere Zeugnis schon abholen. Das ging ja richtig flott. Das ging ja richtig flott. So, hier sind wir. Radulov, Meister der Belin-Schule. Dann haben wir hier noch eine Quest an. Und dann können wir bei Argili auch noch was machen. Oder? Nee, bei dem können wir nichts mehr machen. Ausbildungszeugnis. Das müssen wir jetzt hier noch machen. Wo ist der Quest-Empfänger? Jo, der ist auf der anderen Seite hier. Und dann gehen wir noch schnell zu unserem Quest-Empfänger. Jungmolch. Jungmolch. Okay, sehr nice. Sind das hier Viech? Regenbogen-Flügelfalter. Oh mein Gott, wer hat sich in den Namen ausgedacht? Eins plus mit Sternchen für den Namen. Das ist geil. Nein. Oh mein Gott. Gefress, geschnickt. Ja, das ist auch cool. Das ist auch ein cooles Viech. Das gefällt mir auch. Diese Ente sind auch so typisch WoW-Monster irgendwie. In WoW gibt es auch überall solche Ents. Ei, ei, ei. Kaifadin. Wo ist bloß Kaifaden? Das wäre ein Name, aber ich kann das nicht mehr aussprechen. Kaifadin. Kein Faden. Ja gut. Den Faden habe ich jetzt ja auch schon wieder fast verloren mit dem Let's Play hier. Wo müssen wir denn hin? Da nach hinten. Okay. Wir können, holt euch Segen von, den Segen der Meisterin müssen wir uns hier holen. Leidender Ent. Okay, wir werden dann erstmal da nach hinten gehen. Alter, das Schwimmen schaut mal richtig safe gut aus. Finde ich jetzt nicht schlecht. Das ist echt schön animiert für so ein altes Game. Da schaut es bei manchen Games heutzutage noch ein bisschen schlechter aus. Bisschen düster aus. Was das anbelangt, ja solche kleinen Animationen, wie so Schwimmen oder Springen oder sowas. Ich finde generell, ich kenne kein Game, wo eine schöne Springenanimation hat. Wenn wir gerade beim Thema sind. Es ist egal, was für ein Game das ist heutzutage. Kein Game schafft es irgendwie eine anständige Sprunganimation hinzubekommen, ja. Ja, okay, gut, das ist halt ein bisschen altbacken, ne. Ein bisschen springen, Füße anziehen oder das war's. Aber wirklich so eine richtig gute Sprunganimation gibt es einfach gar nicht, ja. Spring schaut allgemein einfach scheiße aus bei den Menschen. Ich weiß nicht. Das kann man nicht immer schön animieren, ist das Problem. So. Wo müssen wir hin? Hier. Wo, 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 wie ist denn bei dir, mein Lieber? Er schaut aus, als ob er aus Herr der Ringe entflohen ist. Sehr nice. Also ich finde, die NPCs schauen echt schick aus. Finde ich echt schick hier mit dem Kettenzeug hier. Echt cool. Finde ich, schaut nice aus. Griffmeister. Quest an dem Sprung. Sprungtraining, Alter. Das kann man aber gebrauchen, du, das Sprungtraining. Alter. Jetzt im Ernst. Kirsche, wo muss ich jetzt hier eine Kirsche runterholen? Hä, wo? Ist doch hier oben. Okay, let's go. Wir machen das Sprungtraining. Wenn wir schon beim Thema sind, ja. Wenn wir schon beim Thema Springen sind. Okay, Alter, das ist alles tricky. Ich hätte wohl mehr Super Mario spielen sollen. Bisschen tricky. So kann ich nicht aus dem Stand springen. Jetzt aber. Ja, easy. Da hab ich mal easy hochgegreed von hier unten. So schaut's nämlich aus. Da hab ich mir mal ein paar Kirschen gegönnt. Obstkorb. Alter, ich brauch bitte eine herausfordernde Aufgabe. Schädlingsvernicht. Das hört sich schon viel besser an. Gefressige Schnecke. So als können wir nicht mal irgendwas wegmachen. So muss es sein hier. Gefressige Schnecke, komm. Mit dem Bogen ja mal rein. Alter, die hält einfach was aus. Wieso hält die so gut aus? Jetzt gibt das Ding hier um hier. Hatte das nicht vielleicht so ein Wanted oder sowas? Verfehlt. Oh, gar nicht gut. Jetzt bekommt's Damage hier. Talentpunkte, Kampfpunkte. Bekommt hier aufweisend. Sagt, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Zeiger alles anfangen kann hier. So, nächste Schnecke. Let's go. Ja, hier noch ein Streifer vom Schwert und weg mit dem Vieh hier. Come on. Dann haben wir noch zwei weitere mit diesen Schnecken. Wir sind hier ganz kurz voll Leveler. Wir sind schon fast Level 5, Leute, ja. Da haben wir noch nicht mal wirklich was dafür gemacht. Let's go. Oh, das sind Regenbogen und Flügelfalter. Obst, den wollte ich jetzt nicht. Ah, der Typ ist auch ein bisschen... Der ist ein bisschen schwieriger zu besiegen. Aber halt auch nicht wirklich herausfordernd. So, wo sind die Schnecken? Da hinten haben wir noch ein paar von den gefressigen Schnecken. Let's go. Die erste wirkliche Kampfquest, die wir hier haben praktisch, ja. Ja, gut, bis auf das Intro mit den Spielen hier. Ja, gut, das Kampfsystem ist halt wirklich, ja, WoW-like einfach, ja. Wer WoW gerne mag, der wird auch wahrscheinlich mit Runes of Magic seine Freude haben. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen herausgelassen habe, ich habe mich davor ein bisschen im Forum ein bisschen erkundigt und so, ja. Aber es soll doch sehr stark Pay-to-Win sein. Ganz ehrlich, Leute, es hätte mich eher gewundert, wenn es das nicht wäre. Es ist ein klassischer Game-Watch-Titel. Und wenn so ein altes Game free-to-play ist, Leute. No, nah. Halt, ich meine, das ist dann irgendwie wirklich fast schon selbst erklärt. Wer da sich erschreckt, das Game ist Pay-to-Win, ernsthaft? Sorry, aber Leute, von was soll ich bitte so ein Game dann erhalten? Von Luft und Liebe und von positiven Vibes oder so? Ich weiß nicht. Aber, also welchen Klassiker, das eben so ein Game von Pay-to-Win natürlich zu erhalten ist und nicht anders. So, meine Freunde. Ich hoffe, der erste Part von... Oh, ach, keine Ahnung. Von Runes of Magic hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen, unten in die Kommentare, Leute. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Part. Sollt euch das Video wirklich gut gefallen haben. Lasst mir gerne ein Like, ein Comment, ein Abo da. Und dann sehen wir uns wieder, Leute. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.